Warte mal. Äh, nicht aufheben. Die und so. Ähm. Dekanikel bringen ja viel, nämlich gar nix. Eigentlich. So. Jetzt geben wir ihr einmal 9 Stunden, damit sie sie wieder aufdewärmt. Dekanikel bringen ja viel, damit sie wieder aufdrehen können. Prozent Prozent was die Kölsch werden um Namen Prozent der Frau ist aber und sind die müssen sich eigentlich aus dem Landgewirr gern dort oder da bachschau das auch Und in den Arm. Was willst du denn das alles bitte herstellen und was willst du denn das alles bitte herkriegen? Kapier nicht. Fräst du halt so viel. Ahn kein Zaun. Aber alles gebe ich dir noch sicher nicht. Um. 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 Belepste das ihm das sagt. Petroleum, zwei Liter. So, dann werden wir da noch mit Abrohsfjärsten. Danke schön. das war das wird eine das wird drei nur jetzt herstellen mehr tun ich nicht. Hagebutten. Ja, die Kleine muss jetzt ein bisschen was arbeiten, es tut mir leid. So. Kurz noch ein Blick, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ähm, was haben wir noch? Wir haben jetzt da einiges hergestellt. Da gehen wir... Machen wir Öfe. Umlagern. Oh, das kann man so wegholen. Oh! 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 Das habe ich jetzt fast übersehen. Scheiße, ja? Ich weiß, mein Schatz, ich weiß, ich weiß. Du wirst auch bald liegen müssen. Oh, da können wir noch einen Garten schauen. Ja. Passt. Habe ich schon gesehen. Warte mal. Warte mal. Ich werde jetzt ein bisschen improvisieren. Ich weiß. Wieso brauchen die 48 Stunden Feier bitte. Das kapiere ich nicht ganz. Egal. Wir kennen uns das ja immer wieder auszunehmen. Hehehe. Wie das geile daran. Schau. Wir kennen uns alles immer wieder auszunehmen. Alles kein Problem. Ähm. Für der Weih einmal. Aber. Ähm. Was wird ja noch dort rein tun eigentlich? Ein bisschen essen. Da kann es auch erst mal nicht sein. Ich weiß es nicht. So. Ja. Siehst, wir können uns noch immer irgendwas rausnehmen. Ja. Kann man also auch da hinher. Kein Problem. Gut. Ah. Wir werden uns jetzt aber ein bisschen essen da ablegen. So. Das könnten wir uns. Was machen wir als nächstes. Das ist die große Frage. Wir werden ein bisschen was da in dieser Kiste ablegen. Da werden wir nochmal in unser altes Haus um mich schauen und werden schauen, was wir mitnehmen können. Da lagern wir die... umlagern. So. Da dauern wir an und wir sind auch schon wieder leichter. Da ist schon wieder das da. Ja. Ja. Aber wir werden den Scheiß brauchen. Gut. Ja, jetzt stellen wir nur gerade die große Frage. machen wir jetzt weit da mit kurzen unsere alte bude um mich schauen was ist geil was du wieder mit wehlen kannst in den spüren ist das geil was ist als erinnern alle umlagern alle umlagern jetzt ist mir so rutscht mir doch wie soll es Wir werden uns jetzt doppelt schüssen als der Bruder. Ich kann gar nicht so viel Gehr gehen. Ich könnte ein Hohen essen essen. Ich kann viel essen essen, denn ich liebe Hohen. Was? Sie kam Pferdessen? Wirklich? Mädel. Ich kann es nicht mehr weiter tragen. Uh. Jetzt habe ich es ein bisschen übertrieben. Scheiße ist das. Ich brauche nur einen Schrank, um ein bisschen was ablegen zu können. Mein Gott, nein. Nichts aushalten, die Jugend war heute. Ich habe es nicht mehr so aus, aber... Ich habe es nicht mehr so aus, aber... Uh, ist ja dann Durst. Die Mann hat die Frau einmal gehäumt, Herrgott. Wie schnell sind wir denn? Ich habe mir jetzt noch einmal rumgegangen. Ähm... Aber die Haut oder wenn noch was einer ist, ja wurscht. So. Der große Umzug hat stattgefunden. Und in der nächsten Episode, weil wir werden uns da einmal Schluss machen für heute. Und in der nächsten Episode, werden wir uns jetzt einmal rein, einmal nur aufs Jagen konzentriert. Ich möchte ein bisschen... Dafür haben wir das Spiel schon durchgespült. Ich möchte ein bisschen mehr machen. Und wo er das nächste Spiel ist, in der Minenstraße, da durchkaufen. Okay. Dringend, beziehungsweise... was ist mal da... Ähm... Den Kadabern müssen wir auch noch zu legen. Das Kanakel. Boah... Da nehmen wir zwei mit, die lassen wir da... Die drei therapies... Da... Da einer. Die ich nehme mit, ja ich nehme mit, den lass ich da... Den... Die brauche ich nicht unbedingt, haben wir es jetzt eigentlich noch nie gebraucht. Danke, Spiel, fürs Speichern, weil ich hätte eh wieder vergessen. Hey, 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 ist ja nichts Neiges bei mir, oder? Oder hättest du schon mal gesehen, dass ich jetzt in den letzten Tage irgendwie gespeichert hätte? Ich werde nicht diesen Läden für viel länger nehmen können. Da tun wir mal... Bitte was für 48 Stunden? Wir spinnen ja... Ah, da war irrsinnig viel Kohle. Die Kohle treibt den Dings auf. Zwei Liter Lampenöl, oh jaja. Ekkal. Ekkal. Ah. Ah. Der wäre mir jetzt so viel davon. Ähm. Weißt was? Was war jetzt doch erinnern? Ein bisschen was. Ähm. Ich würde einen Kadaverschnitz legen. Ähm. Na. Der müsste noch im Rucksack sein. Nein. Aber warum? Da ist er. Nein. Aber warum? Da ist er. Zurück. Na. Ja. No. Engel. Da ist er. Na. Ga. Der ist zu. Leben. Da ist ja. War man. Er ist da. Und ich war bei 지금은. denn dann wir uns dabei ad acta legen und zwar da einer den geholt man uns dabei sehr gut weil ich glaube das ende im spiel wenn man ein bisschen vorbereitet sein müssen da kennt man auch kochen aber da braucht man da braucht man eigenes feier scheiße wir werden das ganze dort einmal beenden ich hoffe du hast jetzt ein bisschen an spaß gehabt mit der aufnahme session vor dem tag und hoffe du bist das nächste mal wieder dabei wenn wir uns ein bisschen mehr mit der langen tag befassen im story mode weil die zeit ist sich glaubt unser ende davon und wir haben uns sehen uns dann wieder ich hoffe du bist wieder dabei